sie ist doch aber blut von deinem elch hoffen hast du noch jeden fall ja ich habe ihn auch oft genug getroffen ich bin nur leider verstorben und habe keinen checkpoint bei euch in der nähe deswegen muss der jetzt fuß hinlaufen wurde doch ein autoschen wo er von dem anfangspunkt noch mal der der die hütte